villa hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge rainbow mit den leuten die hier stehen hier stehen wenn man tap drückt leute wir müssen gewinnen mit ansage richtig wir gewinnen diese runde jetzt noch nicht bis jetzt du kommst ja verstecken durch ja auch nicht knack das ist klein kram brauchen wir nicht nicht wichtig sind okay jetzt in sachen du musst immer das machen womit der gegner wenigstens rechnet das hat einfach instant geladen what the fuck der gegner damit dass du durch versteckte wände kommst also gehst du nicht durch versteckte wände verstanden kauf dir mal einen ordentlichen rechner kein holzkartoffel wer denkt noch der gegner halt da musst du das spiel auf die ssd packen dann geht das auch schneller ja ich habe eine 128er ich kann nicht alles auf die ssd packen ich werde vielleicht ich habe das spiel auf der hdd oder d ich habe zwar eine ssd aber die hat nur 200 gigabyte und die das ist voll ich glaube die sind im keller ich bin ab an der 500 aber die sind im keller ich bin ab an der 500 aber die sind im keller ich bin ab an der 500 aber die sind im keller hdd hat 3 terabyte und von den 3 terabyte sind nur noch 1,1 terabyte total ich bin die map halt auch gerade nicht so nicht da reinfahren der ist ein schockdraht oh fuck äh basabico nicht da reinfahren der ist ein schockdraht ja ich komm rüber hat aber nicht gereicht keine ahnung muss er nach unten geht ich weiß auch nicht wo es weiter nach unten geht ja aber pass auf der ist halt so ein schockdraht ja ok da ist ein schockdraht da fällst du immer vorm dach bei dieser mann wir sind nämlich sparen wir sparen wir sparen wir sparen ja auch am arsch der welt so pass auf hier habe ich jetzt wieder hinter mezzo mit dem scheiß schildtüchen nichts kaputt machen ich habe fuse achso ja dann komm ich mit zu euch ähm ich würde gerne mal drohnen ja droh mal deck das ding mal auf hier ist verstärkt ähm sind das wir lass doch einfach hier einmarschieren oh was ist denn oh wow wer ist da mit der drohne rein gefahren wo war das hier habe ich ja 10 minutenpunkte gekriegt lass mich vor die schießen doch die wand vor sich ja die schießen ich gehe wieder zurück ne das verstärkt kannst du nochmal anmachen wir sollten vielleicht nicht alle über eine oder ne zweimal erwischt leute ich bin den voll in den schuss gelaufen ja leute gewinnt das ne also einen habe ich noch weg geholt ja wer ist dieser warleck typi ja ich nicht ist er jetzt auf jeden fall tot lion äh chris oder was meinst du naja dass man den gegner sieht durch die wand ja aber du siehst sie halt nur wenn sich die gegner bewegen die schießen die schießen ja der ich kann nur zwei mal achso echt nur zwei mal ja da ist direkt einer der tür um die ecke der hat da so ein Die haben da so ein Geschütz hingestellt Ja, die sind da zu zweit übrigens, da sind es zu zweit Einer steht links von der Tür, einer rechts von der Tür Okay Also links, jetzt weiter links Soll ich nicht rein? Pass auf, pass auf, nicht so weit Ja genau da Genau da Da rechts drunter Ja genau, pass auf, pass auf aus Direkt da drüben Da drüben Und rechts auch noch einer, ja Vorsicht Irgendwas ist mit Strom geschmissen Soll ich mal kurz drohen? Also jetzt nicht hier, äh Soll ich mit einer kleinen Drohne haben Ja, drohen mal Also genau hier aufmachen Wie gesagt, da Da kommt gerade einer langsam anlaufen Ja, aber in der Tür sind zwei Da hast du keine Chance Ich hab ihn nicht gesehen Das ist Lijon 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 Oder wie da ist Einer liegt da Wow Lijon Egal, wenn nichts Wenn wir einfach durch die Wand gehen können Die auch machen können, gell? Aber gut Wollte ja nicht, dass Mikey, äh Ne, durch die Wand kamen wir ja nicht, weil die aus Metall war Ja Ich bin Hibana Ich komm da durch Ja, da hast du's aber nicht gemacht Das hat aber zehnmal gesagt Ja Ja Nein, Dominik, warum? Damit du das spielst Ich will Tachanka aber nicht, ich mag den nicht Doch, du willst Der ärgerlich Stell gleich das Geschütz irgendwo hin und wer will, kann sich da ransetzen Ja, okay, komm, wechsel Nein, ich bleib jetzt bei Tachanka Wär Zeit, dass ich die Runde gewinn, damit ich wieder mit Blitz und Clash spielen kann Ich hab mir Cola gekauft heute Und Eiswürfel gemacht Es wird nur noch die Zitrone Ui, da kann doch jemand Eiswürfel machen Ich hab Hat ein bisschen gedauert, weil Hast du einfach auch ein Rezept bekommen? Hast du einfach auch ein Rezept bekommen? Was hab ich? Ein Rezept? Hast du einfach auch ein Rezept bekommen? Ne, das wird tatsächlich nicht Ja Das war der Insider Ich fand den gut Fand verstärkt Fand verstärkt Ah Der wollte wirklich hier alles zumachen, zwischen den Bombenräumen Was ist mit der Wand hier? Soll ich hier auch noch mal eine Wand in den Kopf ziehen? Ja komm, jetzt machen wir es durch auf der anderen Seite, jetzt redest du Also im anderen Raum Also im anderen Raum Nein, ich bin runter gefallen, was passiert jetzt? Oh ok Ich würde zum Eifels riesig haben Nein, nicht vorbei Ich glaub ich, eine Drohne fehlt noch, die anderen hab ich alle gewischt Ja, der hat noch keine Würfel drin genommen Ah ja, nehm ich gern Ich kenne keinen Schaden, mach mal ein Messer Vorsicht Können wir uns mal ein bisschen mehr zu drehen als auf das Spiel Aber wie leg ich mich nochmal hin, Alter? X? Ne, wo war denn das? Ok Oder Steuerung, je nachdem Steuerung Also ich hab's bei mir genauer getauscht, hörte Oh, welch Fildglitsch denn hier? Das war ich, damit da keiner reinkommt Ja, ich komm hier selbst nicht rein Das ist der kleine Nachteil da dran Warum lässt du die Tür auf? Hmmm, ein Handy WTF? Die kommen durch die Tür, die kommen durch die Tür Das Fenster Was ist denn das mit dem Handy? Musst du 5 drücken, das is $ Dookaibi oder wie die heisst Aucklander Aber die wissen jetzt wo ich bin, ja? Die wissen wo du bist Vorsicht, die sind auf protected cm Also 2 kommen oder mindestens 1 von theint5 raus Solange das Handy klingelt, wissen die, wo du bist. Oh ja, leck mich. Gut zu wissen. Neue Features, die ich nicht kenne. Ich spiel, wenn ich gespielt habe. Oh, schon wieder. Mami, ich hab doch gesagt, ich kann jetzt nicht. Ja genau, what the fuck instant. Warum kommen die denn ständig durch Türen und ich kriege instant einen Header? Hab ich so einen Wasser-Cock? Ja, warum läckst du mir auch immer? So, okay, jetzt geht's wieder. Was stört denn an dem Telefon gerade? Brauch mal ein Backup, Mikey. Backup. Ich hab nicht den guten Backup, ich hab mich nicht vergeduckt. Der Smog. Mami, mein Schiff, pass auf, könnte glästern, geh da weg. Da hinten kommen sie sowieso nicht. Hier kommen sie. Okay. Scheiße, ich seh nix. Hast du die Ecke wieder? Ja. Link nach dem, okay. Schönen. Dann deckt weiter links, Sascha deckt weiter links. Mikey ist noch rechts. Fuck, A ist ungedeckt. Hier ist noch einer. Ah, dein Scheißschild. Wir müssen rüber. Scheiße, ich habe ihn zufrieden gesehen. Ich treffe ihn einfach nicht wegen deinem Schild. Das Schild steht aber gut, oder? Für den Gegner, ja. Ja, ich habe mir gedacht, der Raum hat noch eine andere Tür, deswegen kann ich dafür sorgen, dass da keiner reinkommt. Da kommt auch keiner raus. Aber das Schild steht gut, durch das Schild sind sie alle in den anderen Eingang reingekommen. So konnte ich zwei Kills machen. Und einen dritten, vielleicht noch, wenn ich ihn eher gesehen habe. Ist das süß. Aber an alles andere, das habe ich nicht bedacht. Durch den Schild. Oh Mann, der, die da schild so. Dö, fertig. So, Schild. So. Mö. Wir müssen eine Bombe aufspüren und die werden schärfen. Wir müssen eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Danke, das, kann man das eigentlich ausschalten? Das geht mir hart auf den Sack. Bei mir sagt er das nicht. Bei mir sagt er, wir müssten eine Bombe aufspüren. Bin tot. Instant, schon wieder. Boden. Unten, Keller. Dann haben sie wieder Schockdraut. Voll die Hackers. Wieso kann deine Drohne schießen? Weil das eine Twitch-Drohne ist. Twitch, ah, 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 ah. Twitch Prime. 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 So, jetzt. Aber die Runde gewinnen wir jetzt. Hurry up. We will do that really speed. Ah, Mikey, zu. Oh, wow. Geht hier. Dominik. Wir gehen über die Fenster, was? Bleib mal stehen. Ne. Fuck, ich kann die nicht treffen. Wo sind denn die? Im Keller, ne? Keller, ja. Oh, das wird wieder so ein Runge-Eier, ne? Oh, ich krieg jetzt schon, Gott sei Dank. Hallo, geh doch runter. In the middle of the street. Ah, Basement. Hier, verstärkt, ne. Nicht kaputt machen. Doch kaputt machen. Ich kann doch fusen. Was auch immer das ist, ist mir doch egal. Leute, kann ich trotzdem, aber das bringt nichts. Weil hier keiner ist. Sollen wir die Drohne aktivieren? Ich bin halt mit meiner drin. Twitch fährt gerade. Warte. Das ist Mocking. Nichts machen. Halb da. Ein Gegner, weil ich kann ja nicht scannen. Nein, geradeaus durch. Oh, fuck. Ich muss hier weg. Geradeaus durch. Fuck. Ai. Falsche Taste. Leute, da schießen sie einfach hier durch die Wand. Meinen draußen entdeckt. Äh, Lion, zünde mal dein Ding. Beide außen. Oh, ist soweit. Töne, töne. Ich glaub, draußen sind wir einer. Töne, ja, Mike. Der ist aber schon tot. Sollte, ey. Guck mal, zum Beispiel da. Hä? Wie viel soll ich denn in den Reihen jagen? Ich hab dir noch mal die Drohne, Mikey. Macht Ash weniger Schaden? Nein. Ich hab grad ein halbes, mindestens, oder ein ganzes, ein dreiviertel Magazin in den Reihen geböllert, ohne dass irgendetwas passiert. Ach, nicht du, Mikey. Das geht. Hä, von wo? Von rechts. Da kann ich hier. Oh, der steht hier. Er ist jetzt ganz weit drin im Raum. Er kommt wieder raus. Vorsicht. 50 Sekunden noch. Kann auch sein, dass er gleich einfach durchs Holz schießt. Ein Stückchen vorrücken, irgendwie. Ich kann leider nicht mehr sehen, wo er ist, weil er die Drohne kaputt gemacht hat. Ja, ja. Also auf jeden Fall links in dem Raum neben dir, also, wo du gerade reinschaust. Der ist da noch, ja. Man hört's ja. Hier läuft die Zeit davon, ne? Das ist das Problem. Nicht ihm. Geh raus aus der Drohne. Raus aus der Drohne. Da. Da hat er nur drauf gewartet. Oh, schade, schade. Aber hey, ich hab vier Kills. Wieder mal für eine erfolgreiche Runde. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab einen Wasserkopf und schießt selbst nur mit Gummischau abgeschossen. Du hast, wie gesagt, einen Magnet im Kopf. Ja, also, keine Ahnung, was da läuft. Oder so ein ganzes Magazin in seinen Kopf und er denkt sich so, nope. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Hauen Sie rein. Tübelü. Ende. İlt面. Untertitelung. ministerium. lower lecke Gill. accountability Ja.